Ohne meinen göttlichen Widerpart hätte ich den Kampf gegen den Titanen Shang Tsung nicht überlebt. Und doch warf unser Treffen Fragen auf. Warum hatte ich ihn hier ersetzt? Warum war ich sterblich? Liu Kang erzählte vom Edelmut und der Rechtschaffenheit seines Raiden. Von seiner standhaften Verteidigung des Erdenreichs. Er erzählte mir auch von Raidens dunkler Seite. Wie er rasend werden konnte und wie er seine Prinzipien einfach über Bord warf. Mich sterblich und unfähig zu solchem Zorn zu machen, sollte mich davor bewahren, auch so zu werden. Ich verstand seine Gründe, doch er hatte mir einen schlechten Dienst erwiesen. Für die kommenden Schlachten könnte ich eben jenen Zorn brauchen, um zu überleben. Da die Shaolin mir nicht helfen konnten, suchte ich jemand anderen. Jemanden, der das Feuer in mir schürt und mich lehrt, es zu beherrschen. Und dafür gibt es keinen besseren Lehrer als den Großmeister der Shirai Ryu.